Das 33. Europäische Planspielforum findet in diesem Jahr erstmals als Online-Event statt. Das macht gute Laune. Ein ganz tolles Format. Das ist einfach keine langweilige Veranstaltung. Das Europäische Planspielforum zum 33. Mal findet es statt. Und das ist eigentlich die größte herstellerunabhängige Fachtagung zum Themenfeld Planspiele. Das ist zum ersten Mal digital. Eine große Tagung, wo wir spannende Formate haben, wo man neue Tools kennenlernen kann, wo man sich über didaktische Setting austauscht, wo man nette Menschen trifft und netzwerken kann. Eine großartige Tagung finde ich immer für ungefähr 100, 120 Teilnehmende. Die Planspielforum ist schon immer ein Highlight. Viele richtig gute Formate einfallen lassen, um diese Tagung zu einer interessanten Erfahrung und auch online zu einem Erlebnis zu machen. Wir werden auch wieder gemeinsam was spielen. Wir haben natürlich auch online unseren Playground und das Spieldating wieder dabei. Wir haben viele Formate, die man vielleicht auch im Online-Raum sonst nicht so häufig findet. Finde ich einfach schön. Insgesamt kann das nur gut werden. Schaut ins Programm auf unserer Homepage und auf der Seite für das Europäische Planspielforum und lasst euch überraschen. Warum sollte sich da jemand anmelden? Tja, weil man faszinieren nicht lernen kann. Eigentlich nur erleben. Du immer noch das Ohr, das ist ein Teil der Schlagan. Wir haben noch die Schlagan. Ich benutze das Ganze. Das ist ein Teil der Schlagan. Das ist ein Teil der Schlagan. Das ist ein Teil der Schlagan.